Hab nochmal nachgeschaut. In Saison 2 standen wir am Ende des Qualifyings auf der 1 mit einer 41,3. Der nächste 41,4. Ja, und was für ein Hamilton? 41,1. Vierzehntel Abstand zu Bottas 41,5. Das ist schon überragend, aber was war das meinerseits für eine Leistung? Kann man womöglich gar nicht als Leistung bezeichnen, eher als Nichtleistung. Wie gesagt, locker siebenzehntel langsamer als in Saison 2. Dennoch, stand jetzt, ich denke mal, das wird sich nicht mehr ändern, werden gleich neue Teile bestellt werden. Und damit Hallo derseits und willkommen zurück bei F1 2020. Der große Preis von Belgien. Das Rennen in Spa. Unser Aeropaket hat ihm geschmeckt. Er hat das Auto an die Grenzen getrieben. Und es hat ihm immer standgehalten. Er hat mächtig aufs Gas getreten und dann kam auch immer wieder was. Das Chassis. Passt da besser zum Fahrstil? Welchen Einfluss wird es auf Ihre Strategie haben, dass Sie das Q3 heute verpasst haben? Ja, ich werde neue Teile bestellen. Hä? Ja. Das macht unsere Pläne zunichte. Unser Ziel sind jetzt Punkt und zwar ganz viele. Der Wagen ist auf dieser Strecke nicht besonders gut. Was für eine glatte Lüge. Klasse, das war dann alles. Nur weil der eine Fahrer zu schlecht ist, heißt das nicht, dass der Wagen zu schlecht ist. Hamilton hat wieder einen Punkt gewonnen uns gegenüber. Aber hey, wir fühlen hier noch. Insbesondere dank des Ausfalls von Hamilton in Mojurad. Es sind in der letzten Saison auch die ganz weit vorne Platzierten mit einer Ein-Stop-Strategie unterwegs gewesen. Das war eigentlich praktisch jeder. Zumindest unter den ersten 14. Und von denen er ganz vorne von gelb auf rot. Und der MIG als ziemliche Ausnahme. Unter den ersten 14 gab es drei, die das gemacht haben. Rote Reifen gemieden. Von gelb auf weiß. Mal gucken, ob Q3 den Fehler auch machen wird. Wir werden aber keine sonderlich andere Strategie fahren als die Konkurrenz. Wir müssen halt einfach so schnell sein. Im Qualifying war ich halt einfach deutlich zu langsam stark bewirkt zu Beginn. Und wir bestellen neu. Damit wir im Rennen richtig was zu tun haben. Da haben wir die 7676. Gut, dann können wir loslegen. Reifenunterschied 6 Zehntel von weiß zu gelb und 6 Zehntel von gelb zu rot. Wir werden jetzt mit gelbem starten. Und dann werden wir komplett frische rote Reifen aufziehen können. Da haben wir uns etwas zurückgehalten im Qualifying. Wir sind trotzdem fleißig gefahren. Obwohl, soweit der Plan stand mit, wir bestellen neue Teile. Zum sehr wahrscheinlich letzten Mal in dieser Saison. Dann haben wir mehr als ausreichend Teile in der Garage. Wir sind wieder einmal in Belgien für die heutige Runde dieser Formel 1 Weltmeisterschaft. Dieses Rennen wurde 6 Mal vom legendären Ayrton Senna gewonnen. Und 2019 schaffte Charles Leclerc etwas, was zuletzt Michael Schumacher 1992 schaffte. Nämlich seinen Premieren-Sieg hier in den Ardennen. Die Strecke von Spa-Francorchamps ist eine historische Rennstrecke mit 19 Kurven und einer stattlichen Länge von 7 Kilometern. Hier müssen die Fahrer nicht nur mit einem Höhenunterschied von mehr als 100 Meter, sondern auch mit langen, geraden und hohen Geschwindigkeiten in den Kurven zurechtkommen. Wer hier gewinnen will, der muss alles perfekt hinbekommen, denn das hier ist die Ardennen-Achterbahn. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Reden wir über den Eismau. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Raison? Es war ein sehr solides Jahr für sie und es gab natürlich jede Menge unglaubliche Leistungen. Aber was mich wirklich überrascht hat, war die Konsistenz. Mit dieser Form erwarte ich heute ein weiteres spannendes Rennen. Konsistenz, also flüssig, nicht konstanz, okay. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lewis Hamilton startet heute von der Pole und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Quert, Ocon, Alexander Elben und Verstappen. Der Eismann, Sainz, Vettel und Sergio Perez. Gasly, Strong, Charles Leclerc. Und Norris, Riccardo, Grandjean, Kevin Magnussen und Antoine Hubert. Giovinazzi, De Vries, Latifi und George Russell schließt die Startaufstellung ab. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. Fantastisches Ergebnis auf dem Treppchen beim letzten Rennen. Mal sehen, ob du das wieder hinbekommst. Puh, Treppchen, ja, ist auf jeden Fall das Ziel. Könnte aber schwierig werden, wenn ich nicht ganz so gut bin, so wie eben im Qualifying, nicht ganz öfter höher. Und Mercedes ist offenbar nicht schlecht. Und wenn der Quert nicht die Roten komplett liegen lässt, dann könnten wir nur auf der 4 landen. Ich bin gespannt. Gelb und dann Rot, genau so sieht es aus. Regnen soll es nicht, auch wenn es gerade stark bewirkt ist. Sprit werde ich so belassen. Puh, na dann. Das Ziel ist klar, auf jeden Fall Podium, Minimum. Ich hoffe, das geht klar. Und ich freue mich, weil es wird nach vorne gehen müssen. Ich hoffe, ich drehe mich nicht irgendwo halb weg oder ganz weg oder beschädige mir die Nase. Das geht hoffentlich alles ganz gut. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Linkrad P7, oben links P7. Warum stehen hier Williams um uns herum, wenn P7? Sie fahren gleich los, ich trinke mal was, Hauptzeit. Ich lege schon mal den ersten Gang ein. Anti-Store, Anti-Store. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Beide Mercedes, beide Red Bull. Nein, da war der Unterschied. Wir starten ja nicht unter den besten 10. Also quer die beiden Mercedes, die beiden Renault und Verstappen auf Gelb. Der Rest von den Co-3-Fahrern auf Rot. Alvin hat ja die Runde geschieden. Hoffentlich verzichtet quer nicht auf die Roten Reifen. Die Gelben sind zwar klar besser, aber man kann beide gut fahren. Auch wenn leicht angefahren ist, müssen nicht zwingend frische Rote Reifen sein, so wie bei uns die Roten sein werden. Ich halte so viel Abstand, weil ich mal keine schmutzige Luft habe. Wetter Bericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Rennstrategie. Das Boxen-Stop-Fenster öffnet sich in 12 Runden. 12 Runden. Die rechte Seite etwas zu kühlen. Die komplette Rechte. So gefällt es mir. Sehr schön. Gucken, ob der Fehler, wenn man nach dem Qualifying-Artale bestellt und dann ganz hinten startet, aber nach dem alten Platz hat, ob der noch weiterhin besteht. Nein, das Lenkrad zeigt schon. Okay, oben links auch. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Platz 22. Und wir warten jetzt wieder noch viele Sekunden, weil noch irgendwer fahren muss. Ach, den Fehler gibt es also immer noch. Oh Mann. Ich zähle in der Zwischenzeit mal die Smarties auf dem Lenkrad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der schwarze zählt nicht unten links. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, bin fertig. Der schwarze zählt nicht, aber drei weiße zählen. Irgendwann ist mal Winter. Ja, wir stehen hier immer noch. Der ZDR rechts-rechts-verbei, der da rechts ist. Oh, Strommelraum, ist ja nicht gut. Oh, Strommelraum, ist ja nicht gut. Da Antwort ist ja nicht gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neun Mediums. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,57,4. Die letzte Rundenzeit lag bei... Er ist auf Rang 2. Der Abstand beträgt 4,6 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,52,0. Und das oder der Beste zum Schluss. Start ist dem Kollege. So, der Abstand zum Tiefkollegen liegt bei 6,1 Sekunden. Sie fahren mit neun Mediums. Er ist auf Rang 3. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,50,6. Was der hier vor uns ist. Ich weiß nicht. Den kriegt man hier nicht mehr. Den kriegt man hier nicht mehr. So. Jetzt wird es interessant. Verbremser von Rosalie. Mann, 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 Mann. Die Feindler zu zweit am Eurouge. Herumdildung. Vielleicht zwei Plätze verloren. Mann, ey. Man merkt, dass unser Vordermann, was bremst der denn da so früh, keinen richtigen Windschatten hat. Guck mal, wie ich kein der ist. Ich hab jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich glaub, ich hab auch geachtet. Aber das ist nicht so schlimm. Schweine riskant. Absolut. Das hat sich nicht ausgezahlt. Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Ich hab' die Schuhe mitnehmen und angreifen. Ich hab' die Schuhe mitnehmen und angreifen. So. Schluss. ingos. Wist dich. War's'n vor uns? War's da für uns? Neee. Prost gemacht. wir fahren nicht bei den schweizern ok abstand zum teamkollegen 9,7 sekunden möglich hat er keinen der ist deswegen bleibe ich hier auch vollstrom ja der ist aber wir haben einen verdammt guten Winschatten Dilekampf da vorne den schwarz gelben, den Riccardo müssen wir wieder bekommen Riccardo wir werden mit gelben Reifen das ist ja schon klar wir müssen schneller werden verwende die überwohltaste für mehr leistung dann halt außen rum wenn innen rum schon nicht geht ich glaube ich bin jetzt aufgewacht nicht dass ich vorher geschlafen hätte aber ich glaube jetzt gehts los wir müssen ja noch irgendwie aufs podium kommen sieht gerade nicht so gut aus mit platz 14 aber wird schon noch dran bleiben den Eingriff wirds hier oben von uns nicht geben dafür ist Riccardo zu gut an vordermann den Eingriff wirds hier oben von uns nicht geben wir machen jetzt Feierabend offenbar nicht Riccardo ich dachte da kommt er langsam jetzt auf die ideale Linie aha aha wie wir sehen sehen wir noch nichts was gefährlich ist immer noch färzehnter immer noch färzehnter startest du Kollege so der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 9,2 Sekunden sie fahren mit alten Mediums er ist auf Rang 3 die letzte Rundenzeit lag bei 1,46,6 runtersteuern ich bleib aber auch Vollgas hat keinen Eingriff auf der L2D der zieht uns jetzt auch etwas davon hat ja auch einen ganz guten Motor wie wir wissen du nimmst deinem Vordermann pro Runde etwa 5 Zehntel ab das berührt das klang nicht so das war nicht so gewollt ok berührt ja Stroll ist hinter uns Riccardo ist nicht mehr weg dann ist für mich klar was ich mach ich lasse die beiden wieder vorbei das waren die Mucks die fille die die von von Nein, 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 nicht noch mal. Letzte Saison reicht mir. Dann ist Ricardo noch dran. Oh, rechts, links dann doch nicht. Jetzt kommen wir angeschissen. Oh Gott, beide. Klasse Manöver, bei dir sieht das so einfach aus. Zum Glück habe ich die beiden wieder vorbeigelassen, weil das war gerade echt verdammt. Nervenaufreibenden, Ferrari und Red Bull kommen rein. So, jetzt bremse ich nicht zu spät. Ich tue euch bloß an. Der Vordermann hat jetzt keinen DRS. Werden die gerade reinkommen mit den weißen weiterfahren? Könnte sein. So, jetzt aber ein oder später. Tschüssi. Startes dem Kollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 12,9 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Er ist auf Rang 3. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 46,4. Ich habe mal deutlich von Straub abgesetzt, aber auch in unserem tollen Auto sein. Die röten Reifen haben keinen Vorteil mehr. Wobei die gelben auch schon gut abgenutzt sind. Startes dem Kollege. Läuft. Startes Konkurrent. Er ist auf Rang 2. Der Abstand beträgt 2,5 Sekunden. Sie fahren mit neuen harten Reifen. Neue harte Reifen. Interessant. Was, der war schon drin auf der 2? Niemals auf der 2. Wenn der drinnen war, dann ist er nicht mehr auf der 2. Er ist nicht mit Weiß losgefahren. Sofern das überhaupt Hamilton war, den Jeff gerade angesagt hat. Aber selbst auf der 2 kann keiner fahren, der schon gestoppt hat. Komischer Typ. Sei vorsichtig, wir rechnen damit, dass dein Grupp bald nachlassen wird. Ja, der ist schon nach. Aber geht schon nach Reifen. Ist ja nicht das Thema. Die sind ganz gut. Ich muss so viel Strom ausgeben. Bei Blau und Schimmer brauchen wir noch viel. Ich bin mal bei, Jeff. Guck nochmal. Ich bin gleich alle. Ich bin mal vorbei. Ich bin mal, wem kommt der jetzt rein. Aber wir brauchen immer noch auf der Strecke, wo der Wagen ganz bleibt, ist es wert. Und da außen das bei der SOS. Das sah so komisch aus. Das hoffe ich nicht von der Aktion, als wir da so reingebreitert sind. Das ist nicht unsere Nase sehr ganz geblieben, laut MFA. Das stammt doch gar nicht aus der Aktion mit uns. Wer weiß, ich weiß es jetzt nicht. Jeff, weißt du das? Das ist ein Zeugel. Oh Mann, ey. Na, Reifen sind schon etwas abgenutzt. Durchaus, durchaus. Aus. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 6,5 Sekunden. 067, Sprit über. Start aus dem Kollegen. Okay, Abstand zum Team, Kollegen. 13,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Nicht gut, dass der eine Vorsprung ausbaut. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 46,7. So, der Abstand zum Team, Kollegen liegt bei 12,5 Sekunden. Da hinten liegt was. Könnte was Rosanes sein. Also von einem rosanen Auto. So, BWT, rosa-weiß. Mit dem hatten wir mit Riccardo vorhin zu tun. Da ist bei auf der Elben. 2,5 Sekunden. 2,5 Sekunden. Das war ein Steiger. Noch zu verwanschen, da musste ich Gas rausnehmen, vor der Wagen ist uns krummend und schiefkommt. Ich starte das Teamkollege, da wo er reinkommt. Teamkollege an der Box. Daniel an der Box. Der Daniel. Den Don't ist auch einer. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Weißer Reifen, interessant, aber 13 Sekunden. Hiermit droht er auf weiß zu fahren. Schwierig, wir haben gerade Halbzeit. Sieht nicht gut aus fürs Podium. Kommt halt so nah es geht da ran. Die 1. 4. 3. 2. die sind auch schon rein wir sind jetzt ja alleine hier, fast hatten wir es noch vor uns und Ocon aber hinter uns, die sind abgedüstet und haben sich andere dazwischen geschoben wobei bei 14 Sekunden kann man nicht von dazwischen schieben reden, die sind auch schon rein also einfach an Riccardo vielleicht die Sint genommen neue persönliche Bestzeit und dann wird auch absolute Bestzeit wichtig, denn auch wird es sehr schwierig, da noch an Querteilweg ranzukommen Ocon jetzt beim Stop wir fahren nochmal hoch wir sind auch noch auf gelb unterwegs so viel zu, weißer Reifen Status ich sollte gerade was fragen, Jeff Status Konkurrent er ist auf Rang 2 der Unterschied beträgt 17,0 Sekunden sie fahren mit 9 harten Reifen 17, harte Reifen 13,4 die Nase dann ist das irgendein vergangener Konkurrent dahinter uns mit weißem Pferd Leclerc vielleicht also nicht gut also nicht gut also nicht gut ob da vor uns auch noch weiß aufgezogen wird nachher über der Hälfte des Rands wäre schon komisch aber bei die roten können ja nicht so lange halten wie die gelben ach wir werden es sehen je mehr davon er weiß von umso besser weil er einen schon wegen quer hat und dann ist das Abschnitt aber wir haben frische gelbe Reifen gehabt beim Start die hatten angefahren Feierabend Elben und dann ist das die 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 Reifen am Wagen hinter dir sind in viel besserem Zustand als deine. Wir halten die Rundenzeiten im Auge. Nein, ich komme jetzt nicht. Die frischen Gelben sind wir nicht der Letzte, der reinkommt. Ich bin berücklängst. Wir halten jetzt auf Rot, wie wir. Okay, jetzt kann man knicken. Den Verstappen auch. Verstappen. Er quert. Platz 5 vielleicht im Endeffekt. Selbst das muss erstmal geschafft werden. Losfahren, losfahren. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Der S haben wir auf jeden Fall. Der Hauptstand aber noch ganz schön gewaltig. Wir haben viel Energie gesammelt. Verwende die Überholtaste. Wir haben viel Energie gesammelt. Jetzt muss ich ranfahren für Blanchine. Jetzt muss ich ranfahren für Blanchine. Deswegen bleib ich jetzt auf Fett. Das sieht gut aus. Vielleicht mehr Wünsche hat noch mal sein. Mist. Für die Schneideran oder wäre jetzt CTS praktisch gewesen. Ja. Ja. Verstappen vor uns sind Ocon. Ocon muss auch noch geholt werden. Verstappen wird nichts. Verstappen muss selbst Ocon holen. Aber Ocon muss her, dann wäre es Platz 5. 7,4 der Abstand ist so eine Franzose. So viel Rammstein. Uiuiui. Wer beinahe rechts in der Bandung geändert. Wie viele Verwandlungen haben wir eigentlich schon? Zwei? Ich weiß es gerade gar nicht. Wann die wir zurückhalten? Wann die wir nicht so halten? Was? Wann die los? Ja. Wann die los? Ok, du liegst 5 Sekunden hinter deinem Vordermann, sieh zu, ob du nicht aufschließen kannst. Das Startmacht schwierig, Oconiskal, das Ziel, 6, 3, Abstand. Das Startmacht, das Ziel, 6, 3, Abstand. Das Startmacht, das Ziel, 7, Abstand. Kann Hamilton seine Zeit nochmal toppen? Wir sind da dran, aber halt nicht unter der Zeit. Ok, Bottas macht's. Dann sollen wir dazu vielleicht auch fit fahren. Ok, du holst den Wagen vor dir ein, aber denk daran, dass wir das Rennen mit diesen Reifen zu Ende fahren müssen. 5, 5, Abstand zu kommen, nicht mehr so gut. Ocon ist schwierig. Das Startmacht ist dran, sogar um der S-Fenster, mal gucken, ob er in Lali bald bekommt. Jetzt müssen wir die Scheiblichter zurückgehen. Beim Beide auffahren. Jetzt müssen wir die Scheiblichter zurückgehen. Jetzt müssen wir die Scheiblichter zurückgehen. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,3 Sekunden. Vielleicht sind's noch 5 Runden. Gucken wir mal, ob Mercedes für den Extrapunkt in den letzten Rennen nochmal richtig zulegen können, ob wir jetzt noch so viele Reserven übrig haben. Ich hab das Gefühl, wir können da nicht viel rausholen. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ocon immer noch vor Verstappen. Gut, je länger die sich duellieren, umso besser für uns. Dann können wir vielleicht noch beide bekommen, wenn überhaupt. Wenn die sich aufhalten, ist das aber gut für uns. Geht der Reno halt auf den Geraden sehr gut. Überraschend ist das nicht. Wir haben noch später übrig. Ich fahr dann zwar ziemlich viel Aufwert auf eine Runde, aber hey. Dann muss der Motor und seine Hitzeballungen einfach mal durch. Ich fahr dann nicht. Ocon immer noch vor Verstappen. Sehr gut. Da wird deutlich auf Ocon aufholen. Hauen wir damit auch deutlich auf Verstappen auf. Da wird bald natürlich wieder gar kein Problem für uns. Okay, der Abstand von Vordermann beträgt 3,80 Runden. Ich habe hier Kurven zu fahren. Ich fahr es da, bevor er kann, okay. Sobald wir mal sehr gut der S auf der Geraden bekommen, ohne dann eine Kurve zu verlieren, können wir die Bestritt ernsthaft noch angreifen. Ja, 3 Runden haben wir auch noch. Das Tappen kann sich nicht wirklich absetzen. Dennoch selbst Ocon wird schwierig zu bekommen. Das mal der S in Windschatten aktuell hat. Du fährst pro Runde eine Sekunde schneller als dein Hintermann. Ja, aber es ist schon die dritte Runde. Und er hat wie gesagt auch der S in Windschatten. Sines mit dabei über 8 Sekunden hinter uns. Ja, ich will sehr viel eingehen. Das wäre beinahe zu viel gewesen. Die Batterie ist gut aufgeladen. Wir sollten die Überhol-Taste öfter einsetzen. Öfter einsetzen? Gib mir mehr weißen Balken, Jeff. Oder lass einfach diese Ansagen. Siehst doch, dass der weiße Balken Runde für Runde ausgequetscht wird. Jetzt haben wir schon leichten Windschatten besser als letzter Runde. Werden wir jetzt hier auf der Geraden unterwegs sein. Allerdings nicht mehr viel Strom. Keine Probleme mit der Reifenabnutzung. Sei weiter vorsichtig. Schon gut abgenutzt. Aber die Reifen fühlen sich ganz gut an mit dem recht leichten Wagen. Jetzt der S zu haben wäre Goldwetter, aber dafür sind wir noch zu weit weg. Wird höchstens was bei Blanchimo rankommen. Und für dann in einer Runde hier der S haben. Wir müssen dann in der nächsten Runde hier nahe genug dran sein. Ansonsten gäbe es dann eben nur noch in der letzten Runde Blanchimo zum Überholen. Ah, sehr schwierig. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schreit möglichst bald den Motor runter. Zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Passt, ja. Sprit wird ja kein Thema sein. Die Wiese war nicht gut. Schon über dem MHD hinweg. Ja, sieht gar nicht gut aus für die nächste Runde. Also oben bei Camel werden wir auf jeden Fall nicht angreifen können. Vielleicht haben wir DS. Da müssen wir halt für Blanchimo und Nagnuk dran sein. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Ich weiß nicht alles. Du verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Kein DS 1-4er Abstand. Okay, dann spare ich jetzt etwas Strom. Klar, ich will hier nochmal etwas rankommen, aber ich brauche viel Strom für Blanchimo hinten. Oh, Con greift nochmal an. Super. Weil das beide auffällt. Okay, dann bleiben wir k mild. Okay, Ruhe bewahren, dann bleiben. Okay, Ruhe bewahren, dann bleiben. Okay, Ruhe bewahren, dann bleiben. Das sieht nicht gut aus. Zu wenig Strom für meinen Geschmack. Schade. Gefühlt die Aktion gegen den anderen Renau und den Rosalie. Das war zu viel. Zeitverlust. Mist. Platz 6. Naja, wir können es uns erlauben. Wir haben frische Teile bestellt. Die halten jetzt sowas von. Allesamt für die restliche Saison. Und wir hatten viel zu tun. Ich sehe es als kein schlechtes Rennen an. Das war ein schwieriges Rennen auf dieser Kultstrecke. Aber Sie haben nicht nachgelassen und sich diesen Erfolg echt verdient. Sagt mir Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Ich denke, das kluge Reifenmanagement auf der Strecke und die ausgeglichene Fahrweise haben definitiv zum Sieg heute beigetragen. Diese Kombination hat bewirkt, dass jederzeit die Höchstleistung aus den Reifen geholt wurde. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben. Und sie haben es sich verdient. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Der Eismann übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist das heute der Eismann. Er hat so hart gekämpft und war zeitweise schon unglaublich schnell. Heute konnte ihm niemand das Wasser reichen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Auch für Haas war das ein starkes Rennwochenende. Das amerikanische Team hat tolle Arbeit geleistet und klettert in der Rangliste weiter nach oben. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Wir klettern nach oben oder übernehmen die Führung und Haas klettern nach oben. Ist klar. Selbst ohne das Rückversetzen wäre das sehr schwierig geworden mit dem Sieg. Aber immerhin ist einer von uns im Team auf dem Podium. Das heißt, die Sponsoren müssen Geld abdrücken. Hamilton gewinnt knapp vor Bottas und die schnellste Rennrunde von Bottas. Oh Mann. Aber Hamilton da dran, der hatte wohl eben kein DS im Windschatten so wie Bottas. Dann kommt Quert schon mit satten 11 Sekunden Rückstand, aber wann immer er ins Sieg gekommen ist, bei uns, stand er auf dem Podium. Ist ja auch erstes dritte Rennen, aber in Silverstone, ja Silverstone, das war echt doof. Und er dann. Das war die Krönung, Technik Aussetzer. Verstappen auf der 4, dann Ocon. Die haben wir leider nicht mehr bekommen, aber erstaunlich, wie gut Ocon mit Verstappen mithalten konnte. Ewig vor ihm geblieben und dann dran geblieben und am Ende sogar nochmal angreifen können. Wir am Ende leider nur auf der 6. Der Carlos auf der 7. Riccardo, Norris, Perez, letzter Zähler. Der nächste und letzte Alphatorry-Fahrer. Der Gast, die nimmt keinen Punkt mit. Dann kommt Leclerc. Dann kommt Vettel. Beide ohne Punkte, aber nah beisammen. Dann kommt Stroll. Magnus und Russell, Grosjean, Javinatzi, Hubert vor seinem Teamkollegen. 5 Sekunden. Trotzdem vor ihm. Alvin mit Mechanik und De Vries mit Mechanik. Auf der langen Geraden oben. Bequert, wie Mick in Saison 2 keine roten Reifen verwendet. Jetzt seht ihr es schon, Verstappen auch. Das haben wir mitbekommen. Hinter uns der Carlos und Riccardo auf den weißen. Beim Carlos wussten wir das und Riccardo hatte auch keinen Bock auf die roten. Gelb bereift und rot. Da gab es vier Fahrer, die das gemacht haben. Wir und Norris, Grosjean und wir. Die Mechanik bei De Vries. Wir und Stroll. Erben und die Mechanik. Wir und Streckenbegrenzung. Okay, einmal. Zweimal Kollision. Warnung. Einmal Streckenbegrenzung. Wir hätten uns da noch einmal erlauben können, bevor es eine Strafe gegeben hätte. Ja, Runde 6. Das war wohl das, da in der Source reinballern. Oh nein, das war wirklich ein Teil von dem Rosenen und von Stroll. Oh, das ist, das ist Mist. Das wollte ich nicht. Das war Kacke von mir. Mann. Und Grosjean auch noch Nase. Damit habe ich nichts am Hut. Grosjean hat die Verwarnung, die Warnung bekommen. Aber beide Male die Rosanen. Aber ich gedenke an Barein, da wurde ich auch sehr geärgert. Ja. Absolut. Und auch schon andere Male von den Rosanen. Insofern kommt das heute irgendwie zurück. Auch wenn Grosjean neu im Rosa-Team ist. Er sitzt im Rosa-Auto, also bekommt er was ab. Die Fahrer-WM. Wir haben noch 7-Zähler-Vorsprung. Bottos mit 13-Zähler hinter uns. Verstappen noch keine 3-Sieger-Rückstand. Riccardo. Mehr als 3-Sieger-Rückstand. Alvin. Fast 6-Sieger. Entschuldigung. 5-Sieger-Rückstand. Der Carlos hat fast 6-Sieger-Rückstand. Quert auf der 10. 8-Zähler-Rückstand auf Leclerc. Ocon packt er vielleicht schon in Monza. Wobei, Ocon hat auch hier gut gepunktet. Hat ja einen guten Motor. Also in Monza werden wir auf keinen Fall neue Teile bestellen. Ich hoffe, ich werde nicht in Core 1 einfach so ausscheiden. Aber Monza und das Feld aufräumen. Das geht gar nicht. Und wir haben Red Bull überholt. Wenn auch knapp überholt, ist überholt. Und Haas hat es beim letzten Mal schon gemacht mit Alpha Sauber. Punkt gleich Ferrari und McLaren. Der Renault hat fast doppelt so viele Punkte. Wir, McLaren und Ferrari zusammen. Die Startwiederholung aus der Sicht von Gorgon. Wir werden da vorne gleich vorbeizwitschern. Auf der rechten Seite. Und dann sind wir zwischen den beiden Rosenen. Und das passt hier ganz gut. Da sind wir schon. Zur dritten in La Source. Enge Geschichte. Und hier mit Gorgon. Wir fahren zusammen auf Oroch zu. Nebeneinander her. Hm. Da war ja was. Ist noch gar nicht so lange her. Da gibt es auch zwei Berührungen. Aber alles bleibt ganz. Keiner scheidet aus. Wobei, alles bleibt ganz. Wir gucken uns mal die Nase an. Ob da was gebrochen ist. Und auf dem FA Schaden verursacht. Oder anzeigen lässt. Weiß ich nicht. Sieht optisch aber in Ordnung aus. Aber optisch in Ordnung. Die linke Seite des Frontflügels beim Renault. Verändert sich. Ohne Berührung. Seltsam. Giulianos Start war nicht so gut. Er lässt einen vorbei. Und kommt auch in der Red Bull an. Der ist jetzt auf der Innenbahn. Und sogar noch voraus. Aber wir wissen ja. Der Red Bull ist auf der Geraden nicht so stark. Auch wenn das Leistungsdatenblatt sagt. Dass Red Bull mit dem Motor echt ganz gut unterwegs ist. Ne. Beim nur geradeaus fahren. Beim Vollgas fahren. Sind sie nun mal nicht so gut. Das wissen wir. Das ist nicht neu. Und das hat sich auch hier bewahrheitet. Ein Rosana. Ja. Da war ich leider etwas zu ungeduldig. Schnell vorbei. Ja. Kann nicht verkehrt sein. Hat hier aber einfach Zeit gekostet. Zeit die am Ende vielleicht auf Mocon Verstappen gefehlt hat. Kann durchaus sein. Da war ich dann einfach doch etwas zu ungeduldig. Ja klar. Chance wäre da gewesen. Aber. Das war letztendlich nichts. Aber hinterher ist man auch immer schlauer. Oder manchmal. Oder meistens. Später ging es dann doch vorbei. Und dann geht es aber doch. Wenn es innen nicht geht. Ja dann außen. Es ist zwar bloß ein Haas. Aber Außenbahn. Sieht einfach toll aus. Und vorbei ist vorbei. Auch wenn es in Anführungszeichen nur ein Haas ist. Ja. Und das hier ist zum absoluten Kopfschütteln. Wie ich da dem Rosalie die Nase zerfahre. Das geht gar nicht. Ah ah. Da hätte es eine Strafe geben müssen. Hier nochmal aus der Sicht von Ricardo. Einmal kommen wir rechts an. Und können nicht mehr genug verzögern. Und beim Rosalie platzt vorne rechts die Nase ab. Das ist nicht gut. Da hätte es eine Strafe geben müssen. Was macht die Rinderung? Die versagt wieder auf ganzer Linie. Aber. In erster Linie darf ich mir einfach von mir selbst anhören. Das war gar nicht gut. Und. Ne. Gehört sich nicht. Darf sich nicht wiederholen. Wir hatten Glück. Als Täter. Wir treffen bloß mit unserem Rat sein Frontflügel. Und das Opfer ist noch mehr geschädigt. Als ohnehin schon. Die beiden habe ich vorbeigelassen. Und dafür gab es dann in Blanchimor eine ganz enge Geschichte. Es hat sich enger angefühlt als es hier letztendlich aussieht. Es geht sehr gesittet zu. Aber. Dafür ging es ja auch zuvor in der Source nicht so gut zu. Ja. So kann man es machen. Überholen. Mit zu wenig Berührung. Und allen voran. Kein Kleinholz. Das hier wollte ich noch einfangen. Das ist Norris. Es gab ja einen Dreikampf. Hier hinten. Hier kommt erstmal was Rosanes an. Und gleich kommen wir noch mit an. Zu dritt in der Kurve ist natürlich auch zu viel. Und weil wir uns hier gleich etwas blöd treffen. Verhaken. Schickt es den Norris ins Kiespirt. Wollte ich mal nicht unerwähnt lassen. Ist mir noch aufgefallen. Habe ich hier noch mit reingenommen. Und ja. Da sind die automatisch generierten Highlights. Da gibt es bloß zwei Szenen. Hier das Überholmanöver im letzten Stint. Im letzten Stint gegenüber Carlos. Und dann nochmal die Zieldurchfahrt. Aus dem einfachen Grund. Denn das was die automatisch generierten Highlights sonst noch gezeigt haben. Das habe ich einfach mit den ganzen Zusammenschnitten. Die ich mir selbst gesammelt habe. Abgefrühstückt. Ja am Ende. Ein nicht Podiumsplatz. Das ist nicht so toll. Ich habe mir da natürlich was anderes ausgemalt. Aber hey. Erstens kommt es anders. Und zweitens als man denkt. Wir konnten uns das mit dem Teiler Neubestellen erlauben. Das war mir bewusst. Das bin ich ja bewusst eingegangen. Ging nicht ganz nach vorne. Aber hey. Das Rennen hatte viel zu bieten. Einige Zweikämpfe. Einige waren etwas unbestimmt. Einer ging überhaupt gar nicht. Der hat die Ränder dann total geschlafen. Ja und am Ende. Der letzte Stint war geprägt von. Ranfahren, ranfahren, ranfahren. Zeit gut machen. Und vielleicht noch auf ein Überholmanöver hoffen. Daraus wurde leider nichts. Aber hey. Wie gesagt. Wir können es uns leisten. Hoffentlich kann ich am Ende auch sagen. Hey. Das Rennen in Spa war nicht Wermentscheidend. Das wäre es ja. Ja, ja, ja. Ne. Und der Fehler. In La Source. Mit dem anderen die Karre zu zerfahren. Das geht nicht. Auch wenn zuvor. Die Rosalies schon ziemlich einen Scheiß abgedreht haben. Ne. Auf das Niveau will ich nicht. Oder darüber hinaus. Andere in die Karre kaputt fahren. Aber die Rennleitung. Absolute Fairbesetzung in dem Fall. Die haben ja total geschlafen. Naja. Wundert mich nicht. Die schlafen oft im Spiel. Wie in echt auch. Sehr gerne. Schade, schade. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Naja. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgehoben. Gute Arbeit beim Frontflügel in Cover 1 kaputt machen. Das war überhaupt nicht in Ordnung meinerseits. Das geht überhaupt nicht. Das Euro Paket ist fantastisch. Das Gaspedal voll durchdrücken. Ich habe die Wendigkeit des Wagens zu unserem Vorteil genutzt. Wie fühlte es sich an, seinen Teamkollegen da oben auf dem Treppchen zu sehen? Sehr schön. Hat er sich voll verdient. Es macht mich stolz. Es ist schön, jemanden mit so einem Talent im Team zu haben. Das sage ich direkt. Woran glauben Sie, lag es, dass Sie heute nicht so schnell waren wie Ihr Teamkollege? Vielleicht am Startplatz. Ansonsten hätten wir ihn vielleicht bekommen. Da muss ich mir die Aufzeichnung nochmal ansehen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Und der Vorbeständiger? Weiß ich nicht, habe ein paar Fehler gemacht. Das stimmt auf jeden Fall. Das wäre Ihr Rivale Ihnen heute überlegen gewesen. Hm. Er hat einen besseren Wagen für diese Strecke. Könnte sein, denn allgemein war Mercedes General. Allgemein General. Sehr schnell. Er ist ein fantastischer Fahrer, von dem ich noch viel lernen kann. Hochjubeln und dann eingreifen. Bitte für den Kommentar. Bitteschön. Drei Punkte mehr, damit liegt er jetzt einen Punkt vorne. Zum Glück haben wir Queerhard und er hat Geld reingeholt. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Zehn Millionen. Aero Abteilung, wir kommen. Oh, was futtern. Gut. Da freut sich ausnahmsweise mal die Trapozierfähigkeitsabteilung. Ab 9 von 12 dürfen wir hier weiterentwickeln, weil wir dann Typ 3 sind, deswegen machen wir das. Über 2.000 Ressourcenpunkte. Das Problem ist, da ist es noch nicht fertig, deswegen ist das nicht drin. Und hier oben ist auch ein Fragezeichen, dann ist das nicht drin. Ultimativ kostet ja dann viel, dann können wir ja da einfach mal sparen, oder? Treibstoffeffizienz, das ist ja gut, dann wird der Wagen wieder leichter. Da wir ja die Aero Abteilung eh noch nicht sofort verbessern können, dann behalten wir gute 800 Ressourcenpunkte und machen hier noch die Treibstoffeffizienz. Ein verbesserter Kraftstoffdurchflussregler, schönes Wort, sorgt dafür, dass der Kraftstoffdurchfluss kontrolliert wird. So, dass sich das Verbrennungsluftverhältnis, auch schönes Wort, im optimalen Bereich bewegt und der Kraftstoffeffizienter genutzt werden kann. Wäre dann für Singapur fertig. Gut. Dann werden sie jetzt die Teile 6, beziehungsweise die Teile 5 sein, die wir im Training verwenden. Damit die 6, 5, 6 und 5. Alle mal eben ins Bild gerückt, die interessant sein könnten. War seit langem mal wieder ein richtig schlechtes Ergebnis, richtig schlecht, Platz 6. Ja, in Monaco waren wir schlechter. Ansonsten waren wir nur in Vietnam mal schlechter. Ja, und in der Niederlande. Ei, 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 Platz 6 und sehr schlecht. Okay. Achso, wir gucken nochmal kurz ins Detail. Ihr wisst es vielleicht noch, ich weiß es sehr wahrscheinlich noch, aber... Platz 1, Platz 2, Platz 1 und hier natürlich auch Platz 1. Platz 1, ganz kurz eingeblendet. Muss man schnell auf Pause drücken, wenn man da mal länger gucken will. Aber wir gucken ja gleich nochmal. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie reingeworfen. Rote Rand war wenig Geld. Ausgewogen. Ob es noch Reglamenteränderungen für die nächste Saison gibt, ist leider nicht geschafft zu drücken. Bisher haben wir noch nichts von gehört. Vielleicht kommt die gerade jetzt, wo ich es anspreche. Ich denke mal nicht. KI-Fahrerstufe ist die 92 geplant. Regen im Qualifying auf jeden Fall zu Beginn, das ist ja interessant. Wir vor Mercedes und Mercedes macht Stillstand. Nicht, dass wir zu weit wegziehen. In Spa war Mercedes sehr gut, aber nicht zu weit wegziehen. Das wäre nicht gut. Wir auf der 1 und wir auf der 2, wenn auch knapp hinter Mercedes. Natürlich Platz 1 und jetzt bleibe ich hier mal etwas länger. Platz 1. Alpha sauber auf dem letzten Platz, Red Bull auf dem dritten. Reine Motorleistung hat Red Bull überhaupt nicht, hat man auch wieder in Spa gemerkt. Ansonsten macht Williams einen Riesensatz zu Haas und Alpha sauber ran. Und ansonsten gibt es nicht wirklich viel Bewegung. McLaren hat sich noch einen Hauch verbessert. Mal gucken, wie wir uns in Monza schlagen werden. Das wird leider die letzte Strecke sein von den vielen tollen, die wir jetzt zuletzt hatten. Von Kanada bis Monza oder von Kanada bis Italien auf jeden Fall genießen. Monza macht ja sehr viel Spaß. Ich freue mich schon und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.